So, Aufnahme starten. So, guten Morgen, Willkommen zu Ehrose 2. Das beste Spiel überhaupt. Ähhhhh. Hast du schon, äh, gesagt. Ja, aber wir können direkt zu Underworld gehen. 1.500% Schaden. Die wir dann nicht schaffen werden. Ähhhhh. Wanneer kosten 2 mal kosten 1. Ähh, was müssen wir überhaupt machen? Andariel. Hast du den Quest beenden? Sehr gut. Sie haben dieses Quest bereits in einem früheren Spiel abgeschlossen. Naja. Die letzte Mal schon gemacht. Andariel, hat die dich irgendwie gekillt oder so? Was ist da für ein Schild? Ich hab das beim letzten Mal noch nicht. Du hast da schon wieder hier gescheatet. Ja. Das hast du mir gegeben. Ach ja, als ob ich solche Schilder hätte. Das brauchst du nicht, weil du eh keine Schilder trägst, also. Ich hab zwei Clown, Junge. Ich bin Pole, ich kann zwei Clown tragen. Was? Ich kann mit beiden Händen klauen. Willst du nicht erst mal die, die... Ja, genau. Hast du Angst vor irgendwas? So, ich geh nochmal kurz raus. Läuft die Aufnahme. Nö, ich hab aber meinen Blitz, also von daher. Gut. Hast du eh keine Chance. Jetzt hab ich eine 16 zu 10 Auflösung. 16 zu 10. Ja, weil... 1020 mal 1200. Mein Handy nimmt mit der Kamera 19 zu 9 auf. Ach, damit streamst du immer. Das erklärt die Qualität. Ne. So, wo leveln wir jetzt? Hier gleich zum Schluss hier. Du willst mit Dariel machen. Wir gucken jetzt mal. Runter gehen kann man immer noch. Also, oder hochgehen. Je nachdem. Das wird das erste sein, was wir tun wahrscheinlich. Na toll, jetzt die Musik wird total leise. Ich mach erstmal die Tür auf hier. Was hast du über das Tür aufmachen gesagt? Dass ich die immer zuerst öffne. Weil ich die Superwaffen hab und hab... Komm dann da. Du bist eine Kreatur. Wie der Gegner für dich. Na, das muss doch irgendwo so schnell laufen, ne? Ah ja. Da unten seh ich schon Bot. Champion Veteranen. Wie der Gegner. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen laut ist. Ich hab auch keinen Spaß im Chat, der das mir bestätigen kann. Im Kampf möchte ich nicht raustappen. Ich bin egal. Also, bei mir bist du doch okay. Ich weiß jetzt nicht. Na, ich glaub es ist ein bisschen laut. Ich versteh dich. Dann will ich mich nicht lange laufen. Kaun. Oh Gott. Ja, ich muss noch kurz weg. Ja, dann ist es vielleicht ein bisschen laut. Das Problem ist halt, dass die Musik wieder... So grauenhaft abgemischt. Ja, das stimmt. Musik ist zu leise, ja. Ja, gibt wahrscheinlich jetzt gleich gar keinen Sound mehr. Ähm, Optionen. Ach, richtig. Die Sound-Optionen waren ja auch, ähm... Das kann man doch unabhängig einstellen, oder? Mhm. Kannst du Sound und Musik lauter drehen. Ja, ich bin ja nicht so sicher bei dem Spiel. So. Erstmal heilen und dann wieder zurück. Okay, jetzt ist es sehr leise. Das Problem ist, ich kann es halt nicht im Kampf einstellen. Weil ich könnte austappen und im Kampf nachschauen, ob das jetzt... Okay, jetzt hört man halt gar nichts mehr. Sehr gut. Der Pisser macht mal auf die Tür zu, Alter. Alter. Wollte ich gar nicht. Ja, wollte ich gar nicht. Ich wollte einen Gegner angreifen. Kannst du jetzt bitte sterben? Oh. Ist mein Schattenmeister-Tode, ja. Jetzt hört man halt gar nichts mehr, so. Ja, das sind noch irgendwo Schamanen. Da ist ein Champion wieder ran. Elite-Boss wieder ran. Champion. Gegner. Boah, Bock auf Schamping-Jungs hätte ich jetzt aber schon. Haha. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ja. Oder steht da? Ah, jetzt bin ich gleich tot. Neuling auf. Durch die Sound, die Musik ist schon auf Anschlag. Und die sind jetzt noch aus. Die sind jetzt noch aus. Die auch nicht. Na, jetzt vielleicht schon mal wieder was. Also noch ein Stückchen weiter ran. Ich glaube noch zwei. Und ich bin hier schon wieder fast tot. Ich auch. Immun gegen Feuer. Du hast doch Blitze, mach mal. Die Schamping-Jungs wieder alleine schütten. Ja, immer muss man alles alleine machen. Hält echt zu wenig aus noch. Da habe ich schon so viel. Vitalität. Ich habe einen Bogen gefunden. Toll, ne? Schleudig. Und ein Cestus. Cestus. Was ist das? Ich kann es ja gebrauchen, glaube ich zwar nicht, aber. So, wir machen noch ein bisschen lauter. Was ist denn das überhaupt? 7-66, ja. Schlechter als das, was ich habe, sehr gut. So, genau in den Dingen. So, jetzt passt die Lautstärke, glaube ich, halbwegs. Ich muss nur deutlich sprechen. Ich muss deutlich sprechen. Ja, nicht meinen Bart nur sprechen. Würde du. Ich habe schon keinen Bart. Lass dir entwachsen. Sofort, komm. Ich bin schon dabei. So einen Bart habe ich, Minimum. Ich muss so viel Bart haben, um hier mitspielen zu dürfen. Bis zum Fußboden, ne? Nicht ganz. Ich habe ihn in meinem Hals geworfen, deswegen. Was haben wir denn hier, Herr Schnott? Kannst du als Schal verwenden. Das ist doch nicht richtig. Immun gegen Blitze. Jetzt muss ich kurz mal gucken, ist dir was wert. Verteiligung 116. Wo du den mitgenommen hast. Komm, put put. Jetzt habe ich Musik und so. Wahrscheinlich immer noch nicht perfekt, aber... Ich spiele wirklich keine Musik hören. Ich habe auch keine Musik. Es ist halt hart, wenn ich die Musik auf Anschlag stehe und Sound irgendwie so fast auf Minimum und trotzdem hört man halt... Meine Musik funktioniert irgendwie nicht. Oh, ich habe auch... Also im Hauptmenü funktioniert meine Musik aber sonst nicht. Aber ist auch egal. Das ist ein Vollhelm. Ich glaube ich könnte den Fehler beheben, indem ich das Pack da installiere, aber... Ja, es lohnt sich fast schon ein bisschen. Ja, ja. Überhaupt nicht. Bei der Musik ist besser als das Spiel. Das ist jetzt nicht so schwer. Ja. Aber man kann das mal spielen, so zwischendurch. Oh Gott. Nachtrippe der Schafricht. Dämon. Magieressizent. Steinhaut. Extra schnell. Immun gegen Feuer. Kommst du eigentlich mal wieder? Ja. Wo sind wir denn jetzt hingelaufen? Ach doch, wo sind wir denn jetzt hin? Aha! Da ist noch ganz viel anderes Zeug. Na? Was sind das für Blitze oder so? Lass mal den Bluteln töten. Der kann nicht wieder gesucht werden. Stört aber auch gemächtig. Ein! Fick dich doch, du dummes Breckspieler. Ich hasse dich auch. Ja, jetzt lockst du alle daran vorbei. Gute Idee. Guck sie alle in meine Richtung. Nehm doch diese Scheiß. Ach, warum liegen die da vorne? Ich bin dann wieder weg. Okay. Auf rein. Bis morgen. Ja, reicht. Genug geschafft. So, ich hab wieder Erfahrung. Man verliert doch noch Erfahrungs... Geld und Erfahrungspunkte. Klar, warum nicht? Es ist ja albern, wenn man nur eins verlieren würde. Ja, klar. Es ist ja albern. Du sollst ja bestraft werden dafür, dass du gestorben bist. Ja. Du spielst doch so schlecht. Ich konnte dieser Dreck so beliebt werden. Ich verstehe es nicht. Man hatte halt nichts besseres. Doch, man hatte schon besseres. Das ist das Problem. Ich konnte Waltersgate 1 spielen. Oder kam Fallout 1 nicht auch in der Zeit raus? Ne, Rüster. Ich verkauere. Brauch Geld. Hatte nicht so ne gute Grafik. Doch, die war besser. Ich konnte mal den Conker zocken. Ich konnte mal den Conker jetzt ein besseres Rollenspiel als das hier. Kann ich nicht wieder einfach City Interactive Spiele spielen? Wo du denn auch ständig stirbst? Ja, aber man kann durch Wände fallen. Und wir sind halt nach zwei Stunden vorbei. Dann finden wir das für die Hälfte der Gegner liegen. Ach, Spinnen. Das sind Spinnen. Machst du nicht Spinnen? Gibt es keinen Wiederbeleber? Ja, unten ist ein Spinnen. Ich bin irgendwo. Ich habe keinen Bock anzugreifen. Ich bin noch umgelaufen. Die Außenmandler sind das hier. Mach's nochmal. Jetzt ist es wieder ein... Naja, egal. Entweder ist es zu leise oder zu laut. Eins von beiden. Schon nicht was erst zu laut. Jetzt ist es zu leise. Jetzt war alles so gelassen wie es war. Hey, Suckelbar. 65. Ja, geil. Wo ist das Pisa schon wieder? Ah, da geht's hoch. Eigentlich genau das Richtige für uns. Aber noch geht's ja tatsächlich. Wenn mich schon wieder das Geld wegnimmt. Die armen schon in der Seele. Ich hab doch kein Geld. Ich brauch das. Haaa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Jetzt tu' den hin. Komm mal her. Geht mal da rein. Dann geht's gerade runter. Aber wo kommen wir nicht hier hin? ein paar kleine drin ist nämlich schaden was das greift mich jetzt schon wieder an jetzt mal internet kommt im ort mit glas braucht immer gas machen wir kippen doch die vergiften sogar sagen zum glück vergiften die nicht aber die vergiften ja manchmal schon konnte auch pen & paper spielen das war auch besser als das hier hat auch bessere grafik oh ja kann ich bestätigen sehr viel die tür erstmal aufmachen können aufmachen ist immer eine gute idee dort musst du alleine machen wieso ist doch mal wird sie aber die spinnen doch nicht ja vergiften mich halt nicht heilen das bringt nichts und vergiftet ist was machst du jetzt so mein schatten schweiß dann nicht da ich könnte ja mal sowas machen jetzt kommen von hinten auch noch und der blöde zeit nicht nicht ins portal laufen welch idiot hat er das da hingesetzt anstatt dass die spinnen töten kommt einem schon kack portal daher doch das wäre eine gute idee da fuck nicht da reinlaufen wieso kommt die nicht da raus und wieso teleportieren die sich schon wieder fix dein internet bei mir leckt auch habe ich das gefühl mutter leckt was war das denn jetzt in aktion ja die sind ganz schön stark manche cheater ist schon ohne ende was cheater sich gegenstände her behauptet die werden von mir laufen ich bin schon wieder langsam ich hasse es so langsam zu sein gut die rach so wenig schaden machen stimmt ja ich kann ja auch zwei tasten zauberlegen was soll der blödsinn dann können die das und jetzt bleibst du stehen ich habe den neuen patch glaube ich gleich ich habe doch gesagt nicht patchen dann machen wir das mal so ich habe keinen halt dran ich habe keinen halt dran scheiße ich bin ja einen kaufen ach das ist doch nervig so oh kriegsbeil das ist gelb ich nehme mir aber mit das war jetzt nicht so die beste idee da rein zu gehen in diesen raum ist da noch ein schamane ja jetzt sind wir kein schamane mehr sollst du mal diese schwarzen töten kann nicht ne ich meine die dunklen kreaturen und diese kiste öffnen mit 278 gold äh wie sollst du die kiste jetzt nochmal aufmachen können die hatte ich schon aufgemacht was hör auf zu cheaten junge die war aber mir nicht offen wo bist du denn da schon wieder gestorben naja nein ich möchte da nicht rein ich kann doch die kiste zu machen und dann wieder aufmachen da ist da wieder was zu machen da ist da ganz normal der Fino macht die mal wie denn weiß ich doch nicht ist mir doch egal ich kann die mal ich kann die auch nicht machen viel zu viel Schaden raus drücken alter ja das sehe ich auch so ja das sehe ich auch so 1,2 Treffen jetzt habe ich noch einen Blitzwiderstand 24 das reicht nicht uff ich muss hier mal kurz raus ich bin das dritte mal gestorben ne ich bin schon das dritte mal gestorben hier wo kommt diese schwarze Kreatur schon wieder her hätte ich doch auch schon alle getötet wirst du mich verarschen ich kunde mal ob ich den direkt Weg zum Teleporter nehmen kann es gibt keinen komm doch her wieso gehst du nicht unten rum also hm ja du kannst hier auch unten rum gehen dann kommst du vielleicht leichter zu deiner Leiche hm ja da hatte ich noch nicht aufgedeckt aber wollte ich da nicht lang gehen machen wir die Tür auf also wieder zu nichts drin machen sie wieder zu und gehen weg hier liegt 738 Gold ich habe tränke ich musste nur belegen wo ist denn schon wieder mein Schattenmeister der hängt da hinten an der Tür Tür zu ja sobald ich komm drehts dies vom Schattenmeister weg die kommen schon ich warte mal her ich weiß nicht wie viele noch sind so da kommt schon was entgegen geflogen also hier ist noch mindestens eine mein Schattenmeister ist wieder wo? ah ja ah der hat Spaß ja ja ja